Ich lerne Deutsch. Nummer 3781 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dein neuer Look beginnt auf diesem Stuhl. Deine Freunde werden staunen, was ich aus dir mache. Dein neuer Look beginnt auf diesem Stuhl. Deine Freunde werden staunen, was ich aus dir mache. Meine Arbeit hört nie auf. Meine Arbeit hört nie auf. Wenn die Gäste weg sind, mache ich die Buchhaltung. Wir laden das Foto hoch, damit es auch andere sehen können. Wir laden das Foto hoch, damit es auch andere sehen können. Die Zähne sind in einem guten Zustand. Ein Backenzahn fehlt. Ich gebe meinem Kind die Flasche. Ich gebe meinem Kind die Flasche. Kundenberatung in einer Bank ist nichts für mich, hat man mir gesagt. Geld ist in jedem Fall genug vorhanden. Ich kann mir einen großen Fernseher leisten. Geld ist in jedem Fall genug vorhanden. Ich kann mir einen großen Fernseher leisten. Geld ist in jedem Fall genug vorhanden. Ich kann mir einen großen Fernseher leisten. Hast du die Erbsensuppe speziell für mich gekocht? Hast du die Erbsensuppe speziell für mich gekocht? Meine Familie sagt, dass meine Kuchen besser schmecken als gekaufte Kuchen. Der ärztliche Bericht meiner Kollegin gibt Anlass zu fragen. Der ärztliche Bericht meiner Kollegin gibt Anlass zu fragen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Mein treuester Freund ist mein Hund. Meine Eltern hatten schon immer Hunde. Mein treuester Freund ist mein Hund. Meine Eltern hatten schon immer Hunde. Mein treuester Freund ist mein Hund. Meine Eltern hatten schon immer Hunde. Wir kommen gut miteinander aus. Wir sind seit acht Jahren ein gutes Team. Wir kommen gut miteinander aus. Wir sind seit acht Jahren ein gutes Team. Die Technik erleichtert uns die Arbeit. Deshalb verfügen wir immer über die neueste Soft- und Hardware. Betrachten wir die Liste noch einmal, und zwar unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes. Wir sind bereit und motiviert, Neues zu lernen. Gleich beginnt die Yoga-Stunde. Wir sind bereit und motiviert, Neues zu lernen. In der Schale auf dem Tisch liegen Früchte, die ich nicht kenne. In der Schale auf dem Tisch liegen Früchte, die ich nicht kenne. Wie heißen Sie? In der Schale auf dem Tisch liegen Früchte, die ich nicht kenne. Wie heißen Sie? Mach mich nicht verlegen. Ich möchte auf diese Frage jetzt nicht antworten. Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Ich glaube wirklich, dass es toll wird. Bereits beim Frühstück gibt es jeden Morgen hitzige Diskussionen. Bereits beim Frühstück gibt es jeden Morgen hitzige Diskussionen. Bevor ich eine Entscheidung treffe, muss ich darüber nachdenken. Bevor ich eine Entscheidung treffe, muss ich darüber nachdenken. Ein freundliches Gesicht kann überall sein. Ein freundliches Gesicht kann überall sein. Ein freundliches Gesicht kann überall sein. Der Erfolg im Beruf fühlt sich großartig an. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Ich bin sehr zufrieden mit mir.